Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode E-Car Review News, heute mit einem Update rund um VW. Die Verbrennerpreise sollen ansteigen und dafür gibt es ein paar Argumente, zumindest offizielle von VW-Seite. Und da schauen wir uns doch mal ganz genau die Lage an und was das für die Elektroautos von VW bedeutet. Starten wir also gleich mal rein mit die Melda Labbé, die ist nämlich die Vertriebschefin von VW, ist also dafür zuständig den Kontakt mit den Händlern zu halten und natürlich auch hier in einem konstruktiven und guten Austausch zu sein. Sie kann aber natürlich die Ziele nicht ändern und die Ziele sind Rendite, Rendite, Rendite. Und ihr habt es ja oft schon in den Kommentaren gesagt, dieser Fokus auf die Rendite könnte natürlich auch den Markt kaputt machen von VW, denn immer steigende Preise führen nicht unbedingt dazu, dass man auch mehr Autos verkauft. Vor allem in einer Zeit, in der die Menschen noch sensibler auf Preise reagieren als je zuvor. Also schauen wir uns doch mal die Situation an. Dem Verband der Automobilindustrie zufolge gingen bei den deutschen Autobauern die Bestellungen im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27% zurück. Ganz wichtig, das sind die Bestellungen. Natürlich können wir jetzt noch gute Monate sehen und gute Zulassungen sehen, aber das Problem ist, was passiert, wenn die ganzen Bestellungen abgearbeitet sind. Und da ist das Problem. Das heißt, wir laufen jetzt in eine Richtung, wo sicherlich dann, wenn es 27% weniger sind, man das auch bei den Auslieferungen sehr bald merken wird. Ja, die Vorgabe von Oliver Blume musste korrigiert werden. 9 bis 9,5 Millionen und nicht mehr 9,5 Millionen Fahrzeuge. Und jetzt beschließt man in all dieser, doch eher nicht so rosigen Zeit, die Preise weiter ansteigen zu lassen. Denn die Verbrennermodelle sollen zum 31. August, also schon in 13 Tagen, dann um 3,6% angehoben werden. 3,6% in einem Supermarkt bei einem Einkauf von 40 Euro ist natürlich was ganz anderes, als wenn man über ein Fahrzeug von 40, 50.000 Euro spricht, je nach Konfiguration. Da sind dann 3,6% auch schon wieder happig Geld. Und das ist natürlich die Frage jetzt, wie kann man das denn eigentlich begründen? Auf der anderen Seite sollen die Elektrofahrzeuge laut dem Manager Magazin, da kommt auch dieser Artikel hierher, nicht betroffen sein. Ist das freiwillig? Sicherlich nicht. Denn die Konkurrenz auf dem Elektroautomarkt ist sehr, sehr hart. Und da wird es sicherlich auch noch weitere Preissenkungen geben, auch von Tesla Seite, das erwarte ich. Und da kann man natürlich jetzt nicht noch die Preise anheben. Ohnehin schon teuer, da wird es nicht mehr funktionieren. VW möchte also die Kleinwagen Polo und auch den europäischen Bestseller T-Roc erhöhen. Also man geht so zu diesen Modellen hin, die eigentlich noch gut funktionieren und die erhöht man jetzt. Ich weiß nicht, wie sich VW das vorstellt, wenn man die Preise erhöht, dass man denkt, dadurch bessere Rendite zu erzielen. Ja, man nimmt mehr ein. Aber die Frage ist, verkauft man dann auch noch gleich viel oder geht der Umsatz dann zurück? Dann hilft einem ja auch die beste Rendite nicht, wenn man dann im Endeffekt weniger Autos verkauft, weniger Gewinn pro Auto macht, auch wenn man dann mit einer Preissteigerung sicherlich versucht, die Rendite zu erhöhen. Also es ist ein bisschen ein Hin und Her hier. Wenn man die gleichen Verkäufe erreicht, würde natürlich solch ein Preisanstieg Sinn machen. Dann kann man die Rendite erzielen. Aber das ist eben halt fraglich zurzeit, ob man das mit einem Preisanstieg überhaupt noch schaffen kann. Und die Rendite, und da sind wir wieder bei dem Fokus, den VW hat, obwohl sie ja eigentlich einen ganz anderen Fokus haben sollten. Der Fokus liegt darauf, die 3,6% Rendite auf 6,5% anzuheben. Und da kommen wieder die Vertriebschefin ins Spiel. Die kann natürlich nichts anderes machen. Die Händler sind frustriert. Die Händler sehen das als eine Situation, wo sie ganz klar sagen, dass einfach VW als Hersteller nicht mehr in der Realität liegt. Und die Händler sind nun mal diejenigen, die beim Kunden direkt sind. Und die bekommen das Feedback von Kunden. Und das Feedback kann mündlich passieren oder in der Form, dass einfach keiner mehr zum Autohaus kommt, weil er gar kein Interesse hat, ein VW-Auto zu kaufen. Das ist die andere passive Reaktion. Und das merken die Händler. Und das sagen sie auch immer öfters. Und anstatt, dass ihnen geholfen wird, auf der anderen Seite wird jetzt der Preis angehoben. Und das ist, wie gesagt, für Verbrennerfahrzeuge. Verbrennerfahrzeuge, und es wird ja immer gesagt, Verbrennerfahrzeuge sind sowas von günstig und toll. Und Elektroautos können nicht mithalten. 3,6% bei einem T-Roc sind dann entsprechend 3,6% höher. Und natürlich wieder ein Vorteil für Elektroautos, wenn der Markt in die andere Richtung geht. Jetzt schauen wir uns hier nochmal ein Zitat an. Der Hersteller hat jeglichen Bezug zur Realität verloren. Schimpft ein VW-Partner, der anonym bleiben möchte. Also erinnert ihr euch noch an einer der ersten Videos auf diesem Kanal. Da ging es damals tatsächlich darum, dass was ja geschrieben wurde, dass intern gesagt wurde, das Dach brennt. Und es ist die letzte Chance von VW. Wenn man aber in solch einer dramatischen Situation ist, und das laut Berichten für deutsche Hersteller die Auftragslage um 27% einbricht, dann muss man sich natürlich die Frage stellen, wie kann man denn jetzt die Verbrennersparte profitabel lassen, wenn die Produktion weiter runtergefahren wird, weniger Mitarbeiter gebraucht werden, Leute entlassen werden müssen. Dann ist ja die Frage, kann man dann trotzdem die Rendite erhöhen? Ist das gerade Sinn und Zweck, sich irgendwie kaputt zu schrumpfen, nur um die Rendite zu erzielen? Lass mich gerne mal wissen, was du dazu denkst, denn entscheidend ist natürlich am Ende, dass VW wahrscheinlich auch noch den Wandel, also die Transformation zur Elektromobilität noch finanzieren muss. Da ist ja die Finanzierung noch nicht zu Ende. Und jetzt schauen wir uns mal zum Beispiel Tesla an, weil bei Tesla kann man es ganz gut sehen, was verdient eigentlich Tesla pro Auto? Im zweiten Quartal 2022 waren das im Durchschnitt über alle Modelle 13.808 Dollar. Wenn man sich jetzt aber ein Jahr später die Situation anschaut, sieht man, dass es halbiert wurde auf 7.675. Diese Daten stammen alle aus den Statements, den offiziellen Financial Statements von Tesla und sind so eine Plus-Minus-Kalkulation ohne die Umweltcredits, die ja Tesla auch noch bekommt. Die sind da rausgerechnet. Also das ist ungefähr, was man hier pro Gewinn pro Auto hat. Wenn wir uns jetzt also die Politik von VW anstauen, die Skalierung von VW anschauen, können wir mit großer Sicherheit sagen, dass VW sicherlich diese 7.675 Euro nicht erreicht. Wahrscheinlich, und wir haben hier leider keine Beweise, weil VW die Sachen nicht offenlegt, wird dieser Betrag vielleicht maximal die Hälfte dessen sein, wenn überhaupt. Und da liegt das Problem. Wenn jetzt noch weiterer Druck auf den Elektroautomarkt kommt, um dann ja die Skalierung und die Massenmarktkunden zu erreichen, dann muss VW ganz, ganz dringend skalieren in diesem Bereich. Und gleichzeitig mit der Renditeerhöhung versucht man natürlich irgendwie noch mehr Geld reinzuholen, auch für die Aktie. Aber ob das wirklich funktioniert, ob man damit dann sich wirklich einen Gefallen tut, das ist eben halt eine offene Frage. Und wenn wir uns hier mal den Bericht der Automoto Sport anschauen, ja, der Markt erholt sich, Tesla liegt vorn mit dem Volks-Tesla. Das ist doch eigentlich das, worum es geht. Wer kann eigentlich ein Auto für die Masse bieten? Und ich möchte nicht sagen, dass das Model Y1 ist, denn für viele sind die 44.000 immer noch zu teuer. Trotzdem, man wird versuchen, dieses Auto bald für fast 40.000 anzubieten. Das ist auch bekannt. Und dann wird es natürlich spannend, immer noch ein langer Weg aber zu gehen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.